Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie? Eine Maschine, die wie eine Guillotine ist, schneidet von einer sich langsam fortbewegenden Gummimasse große Stücke ab und lässt sie auf einen Fließband fallen, das sich einen Stoff tiefer fortbewegt und an welchen Hilfsarbeiterin sitzen, die die abgeschnittenen Stücke zu kontrollieren und schließlich in große Kartons zu verpacken haben. Was heißt das? Gescheitert, gescheitert. Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie? Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie? Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie? Gescheitert, gescheitert.